ARD Text im Auftrag von Funk Du kennst... Du spielst beide Rollen! Herrgott, ich verspille den Rollen und bin Regisseur! Oder möchte ich gerne Regisseur? Komm jetzt, fang an! Du musst jetzt nicht quatschen! Du musst machen! Es muss 600 Leute machen auf dich! Mach! Lass dich zu! Schluft! Lass dich! Wenn du willst, willst du! Nein! Lass dich zu! Action! Nein, das bringt nichts! Das ist die Schweizer Schauspieler! Das ist immer das gleiche mit den Schweizer Schauspielern! Die ziehen den weissen Schürzen an und haben das Gefühl, sie seien jetzt ein Koch! Der Tom Cruise, der geht ein halbes Jahr lang krüppeln in der Küche und dann ist er ein Koch! Und dann jammert sie! Ja, ich komme gleich alle Löffel! Es ist fünfmal eine Corinna Graus-Agnüte! So, komm, Eckschnitz! Mach! Mach! Zu dir in eurer Exzellenz! Mit gleicherischer Miene! Ich möchte, dass du gut bist! Es ist nicht gegen dich! Schorsch! Ist es gut? So, Action! Also, das stellen wir uns jetzt vor, das wäre jetzt gut gewesen! Jetzt, äh, nächste Einstellung! Im Hintergrund! Im Hintergrund! Close-up auf Lucrezia! Ja? Lucrezia hat im Hintergrund... Nein, Moment, oder kommt jetzt zuerst... Äh... Nein! Close-up auf Lucrezia! Jetzt bin ich saufend aus dem Huren aufbörlend! So, close-up auf Lucrezia! Lucrezia hat im Hintergrund einer Laube diesen Auftritt verfolgt! ... ...